Alles um mich her. Da sind sie aber heilig schön. In Position. In Bereichen. Viel ruhig um ihre Gretel. Bin unterwegs. Ich bin hier. So, besucht die Map. Die Map ist auch kein Schwein da. Aha. Er schweigt fleißig. Das lobe ich mir. Da gibt es Schleichwerbung. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Ja, Sir. In Bewegung. Aber der Schein drückt. Wie meintens. In Position. Ich bin hier. Das ist ein Sniper. Das ist so schön. Da drum. Jetzt bin ich da auf immer schön. Dann seh ich ihn, oder? Und da drum haben sie in dem Gini. Schön. Die Säcke. Ich bin hier. Aber ich kann da bis zu einer Axt da mit dem. Das ist auch schön. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Sehr gut. Geht hier. Ich bin hier. Ich bin hier. nicht aus schon unterwegs da müsste er helfen, der sitzt hier durch der deckt mir das ab bin unterwegs da Mr. Brown geht um eh ich gebe Deckung bin unterwegs na warte mal, Mr. Brown, Problem verstanden ich gebe Deckung ich bin hier hab ich gehört ja gut, wobei Schildtreff Hauptsache ich Deckdorner besser wenn ich mich nicht da drüben und die zwei Sniper befinden sich da drüben und die zwei Sniper befinden sich da drüben aber hallo ja, Sir, in Bewegung was auch denn? jemanden aufgeschächt? in Position, in Bereitschaft das ist ja der zweite der müsste irgendwo da vorne sitzen schon, oder? das ist ja der zweite der müsste irgendwo da vorne sitzen schon, oder? ich bin unterwegs bin unterwegs in Position, in Bereitschaft ich gebe Deckung einmal Deckung wenn ich bitten darf wer besser auf im Gehen ist Freunde hier oben Heißglück beim ersten Schuss ich bin unterwegs ich bin unterwegs Kopfschmerzen in Position in Position Winant was ich hier oben bin? Wo spricht er? Der Depp sitzt ja da hinten drum, geh. Warte, so ist es. Wann? Nicht der Ernst? Ich bin befürchtet, es sitzen noch zwei. Ich bin befürchtet. Ich bin befürchtet. Ich bin befürchtet, ich bin befürchtet. Ich bin befürchtet. Ich bin befürchtet. Ich bin befürchtet, ich bin befürchtet. Ich bin befürchtet. Ich bin befürchtet. Aber ja, der Sniper da hinten. Den wir neutralisieren? Oder scheißen wir auf den? Bin befürchtet. Bin befürchtet. Bin befürchtet. Ich bin befürchtet. Der Komiker im Team! Ja besser, das war die Position von V.A.P. 1! Wie schaut das, wir mogen? Der Brownie mogen! Schon unterwegs! Neu formieren, verstanden! So, der muss unten in die Luft sein, oder? Gesperrt, jawohl! Bereithalten, Captain! Das Krisenzentrum richtet eine Verbindung ein! Ich scheiß auf eingerichtete Zugriffsprotokolle! Ich habe einen Mann da unten und der braucht Informationen! Und zwar sofort, Leute! Okay, Captain! Halten Sie Ihre Position und wir stellen eine Direktverbindung zu Captain Abreu her! Er ist beim Präsidenten! Verstanden, General! Ziel ist, die Position zu halten! Geht in Deckung, Leute! Bleibt cool! Verwacht eure Bereiche! Was auch dann? Ich gehe was auch! Die Position halten! Ich habe einen drüber gebrotten! Ich habe einen drüber gebrotten! Ne, die kann ich jetzt nicht bereits! Er ist ein drüber gebrotten! Ich habe einen drüber gebrotten! Der Gegner entdeckt! Wir brauchen eine Bresche, Captain. Eine große. Captain Mitchell, ich habe mich in einem Parkhaus eine halbe Meile westlich des Socalo mit den beiden VIPs und ein paar loyalen mexikanischen Soldaten verschanzt. Wir erkennen Feindbewegung im gesamten Sektor. Mitchell, 300 Meter südwestlich des Socalo befindet sich eine Stellung der Rebellen. Greifen Sie sie an, um Gegner von den VIPs abzuziehen. Binden Sie sie, bis die MTWs das Parkhaus und die VIPs gesichert haben. Denk nach einem Plan. Gib mir eine Minute, um Position zu beziehen. Es kriegt noch einen Plan. Die Köpfe ruht nicht. Die Rebellenposition. Ja gut. Heftig, oder? Neu von mir. Von mir noch ein Abrucker. Etwas muss ich mir mitnehmen. So, die magie ist jetzt. Wie ist das Ruck oder wie? Na, wie? Du hast jetzt ein Bisschen, da Hütte muss ich nur fuge. So lange, wir nicht auf die Pelle rücken. Ja, ja.